Röntgenaufnahmen, Computertomographie, DNS-Sequenzierung. Es sind revolutionäre Erfindungen, Meilensteine der Menschheitsgeschichte. Sie haben dem medizinischen und wissenschaftlichen Fortschritt den Weg geebnet und völlig neue Erkenntnisse ermöglicht. Diese innovativen und zugleich aufregenden Technologien machten und machen es uns möglich, die Gesundheit zu verbessern und die Lebenserwartung zu erhöhen. Auch BEMA verändert als eine fortschrittliche Medizintechnologie die Art und Weise, wie wir über unsere Gesundheit nachdenken und kann unser bisheriges Verständnis des menschlichen Körpers infrage stellen. Wir können mit BEMA auf natürliche, nichtinvasive und komplementäre Weise eine optimale körperliche Verfassung erlangen. Herzkrankheiten, Fettleibigkeit und Diabetes gehören nach wie vor weltweit zu den größten Gesundheitsproblemen. Es ist an der Zeit und wichtiger denn je, ganzheitliche und nichtinvasive Lösungen zu finden. Die Durchblutung spielt eine wichtige Rolle bei der Versorgung des Körpers mit Sauerstoff und Nährstoffen. Doch die Medizin hat längst noch nicht all die Möglichkeiten entdeckt, mit denen die menschliche Durchblutung auf natürliche Weise optimiert werden kann, um unsere Gesundheit zu unterstützen. Als Kardiologe nutze ich natürlich moderne Technologien für die Diagnose, den Umgang mit Krankheiten sowie deren Behandlung. Dank ihnen sind wir in der Lage, die Herzfunktion auf nichtinvasive Weise zu bewerten, und zwar mittels der Echokardiographie und der Angiographie. Der Schlüssel zum Verständnis liegt jedoch darin, dass der letzte gemeinsame Bereich der Blutversorgung aus den Herzarterien die Mikrozirkulation ist. Wenn wir älter werden, verstopft diese Mikrozirkulation zunehmend. Daher ist es wichtig, die Mikrozirkulation offen zu halten und die Zufuhr und Abgabe von Sauerstoff und Nährstoffen an jede Zelle zu ermöglichen. Durchblutung ist von größter Bedeutung. Doch sie kann z.B. durch eine Verletzung, Narbengewebe oder Entzündungen beeinträchtigt werden. Wenn wir durch eine Behandlung die Durchblutung des Gewebes verbessern können, so kann der Körper diese Störung heilen. Bei der Magnetfeldtechnologie konnten wir beobachten, dass Muskeln sich dank einer besseren Durchblutung des Gewebes schneller erholen sowie schneller aufgebaut werden. Sie fördert den narbigen Heilungsprozess und ermöglicht Verletzungen im Allgemeinen sich schneller zu verbessern. Dies ermöglicht eine Normalisierung der Funktion und Struktur und erlaubt es so dem Sportler, seinem Sport so schnell wie möglich wieder nachzugehen. BEMA ist seit 20 Jahren Pionier bei der Entwicklung einer patentierten Signalkonfiguration, die das mikrozirkulatorische System unterstützt, welches der Grundpfeiler der menschlichen Gesundheit ist. BEMA ist ein Gerät, das zur Stimulierung der eingeschränkten Mikrozirkulation entwickelt wurde. Dieses mehrfach patentierte und durch Studien bestätigte Produkt ist ein durch die EU zugelassenes Medizinprodukt der Klasse 2a. BEMA wird von einer stetig wachsenden Zahl von Medizinern sowie von mehreren Hunderttausenden zufriedenen Nutzern weltweit angewendet. Selbst Spitzensportler nennen es ihre Geheimwaffe. BEMA verwendet ein gepulstes elektromagnetisches Feld, um ein biorhythmisch definiertes therapeutisches Signal zu erzeugen. Diese einzigartige Signalkonfiguration durchdringt den Körper und unterstützt die gestörte Pumpbewegung, die bei den kleinsten Blutgefäßen als Vasomotion bezeichnet wird. Es fördert so die Blutverteilung, das zu einer besseren Sauerstoff- und Nährstoffabgabe im gesamten Körper führen und gleichzeitig Abfallstoffe beseitigen kann. All dies erfolgt auf nicht invasive Weise. Innerhalb des Körpers ist Blut das universelle Mittel, um Stoffe von der Makroebene bis zur Mikroebene zu transportieren. Beim BEMA-Signal handelt es sich um eine Technologie, die sich durch einen biorhythmisch definierten Reiz auf diese Mikrogefäße konzentriert und die sogenannte Vasomotion oder Vasomotorik stimuliert. Dadurch wird die Mikrozirkulation nicht nur lokal, sondern auch systemisch verbessert. Nur dann können wir wirklich Gesundheit erleben. Bei einer gestörten Durchblutung kann Ihr Körper nicht mit all den Nährstoffen und den Sauerstoff versorgt werden, die er braucht. Außerdem können Abfallprodukte nicht abtransportiert werden, von der sich jede Zelle befreien muss, ehe sie optimal funktionieren kann. Einfach ausgedrückt, BEMA hilft dem Körper dabei, das zu tun, was er ohnehin schon auf natürliche Weise tut. Die wahre Stärke von BEMA liegt in seiner Benutzerfreundlichkeit. Die Verwendung von BEMA erfordert keine Veränderung ihres Tagesablaufs. Nur zweimal acht Minuten täglich genügen, um von den Vorteilen seines einzigartigen patentierten Signalgefüges zu profitieren. Herzstück des Sets ist die B-Box. Mit ihrem benutzerfreundlichen Touchscreen-Monitor kann das Gerät leicht bedient werden. Es enthält eine Vielzahl vorinstallierter Programme, mit denen der B-Body gesteuert wird. Der B-Body ist mit Spulen im Inneren bestückt, die die patentierte Signalkonfiguration an den gesamten Körper aussenden. Ebenfalls enthalten im Pro-Set sind zudem B-Light, B-Pad und B-Spot. Diese Applikationsmodule erlauben die gezielte Behandlung einzelner Bereiche des Körpers. BEMA basiert auf langjähriger wissenschaftlicher und medizinischer Forschung. Nach Prof. Dr. Klopp ist BEMA eine wirksame und ausgiebig erforschte physikalische Therapiemethode zur Unterstützung einer gestörten Vasomotion. Ich versuche in meiner Praxis auf möglichst natürliche und gleichzeitig fortschrittliche Weise zu heilen. BEMA passt perfekt in dieses Konzept. Meine Überlegung dazu lautet, wenn ich die Durchblutung verbessern und damit sowohl die Zufuhr von Sauerstoff und Nährstoffen als auch die Entsorgung von Abfallstoffen verbessern kann, wer weiß, zu was der Körper dann selbst in der Lage ist. Denn dann setzen wir die natürliche Fähigkeit des Körpers zur Selbstheilung frei, wovon die Patienten auf vielfältige Weise profitieren können. Jeder muss seine Durchblutung verbessern, jeder möchte sich besser fühlen, auch ich mit meinen 73 Jahren. Also arbeite ich an meiner Durchblutung und sie wird besser. Ich habe mehr Energie und bin sehr dankbar dafür. Ich würde absolut jedem einen BEMA empfehlen. Was sind die gesundheitlichen Vorteile von BEMA? BEMA kann die allgemeine Durchblutung und Zirkulation, die Zufuhr von Nährstoffen und Sauerstoff zu den Zellen sowie das Schlafmanagement verbessern. Erhöhte körperliche Fitness und Ausdauer, verbesserte Muskelstimulation, Stressabbau und Entspannung. BEMA hilft dem Wunderwerk des menschlichen Organismus, einfach dabei das zu tun, was er bereits auf natürliche Weise tut. BEMA. More Health. More Life.